Die D23 steht kurz vor der Tür. Wir schauen uns alle Drops von Disney bzw. Marvel an. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall den letzten Livestream an, sowie auch wie es mit Omi2NFT momentan vorangeht. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Starten tun wir das gesamte Video vielleicht rein mit dem letzten Livestream. Meiner Meinung nach war das mal wieder ein ausgezeichneter Livestream zusammen mit Chris. Und wir haben unter anderem darüber gesprochen, ob Vivi auf dem richtigen Weg ist und was natürlich auch momentan die aktuelle Situation ist. Außerdem haben wir auch noch relativ ausführlich über die kommenden Drops von der Disney23 gesprochen. Das heißt, wenn euch da auf jeden Fall die detaillierte Ansicht von Chris auch nochmal interessiert als Collector, schaut auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Den Link zum Livestream findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein mit der D23. Die wird nämlich vom 9. bis 11. August stattfinden und dementsprechend drei Tage mit Drops. Und was ich erstmal sehr, sehr cool finde, es wird hier wohl auch eine Aktion von Vivi und Disney auf der D23 geben. Und zwar wird es nämlich für alle Leute, die hier auf der D23 sein werden, wohl hier die Möglichkeit geben, eines dieser Schilder hier zu bekommen von der D23. Insgesamt wird es hier 2090 Stück einmal von dieser Variante geben. Die wird eine Secret Rare sein und First Public Mint 41 natürlich eine Con Exclusive an dieser Stelle. Und dann haben wir hier noch eine zweite Variante und die finde ich tatsächlich sogar echt ziemlich cool. Das ist auch hier 2090 Editions, auch eine Secret Rare, aber hier halt in diesem Blauton finde ich persönlich sehr, sehr gut gelungen. Und ich würde jetzt mal sagen, das geht so in die Richtung Promo. Ich bin mal sehr gespannt, wie man das Gesamte dann bekommen wird auf der D23 und wie viele davon wirklich abgeholt werden. Und was das vielleicht, wenn das ein Promo-Move ist, auch für einen Impact vielleicht auf die App hat und neue User in die App bringt. Ich bin sehr, sehr gespannt und finde auf jeden Fall das Collectivate sehr cool. Ich denke mal, ich werde mir tatsächlich sogar hier eins dieser Logos, beziehungsweise das Blaue ganz spezifisch, nochmal im Secondary Market holen, weil ich das einfach ziemlich, ziemlich cool finde. Schreibt mir dazu sehr gerne mal unten in die Kommentare, was ihr davon denkt. Und werdet ihr euch das auf dem Secondary Market holen oder nicht? Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auch die ersten Drops einmal an, die wir nämlich auf der D23 sehen werden. Die Drops werden hier um 21 Uhr deutscher Zeit alles stattfinden. Angefangen hier mit dem Iron Man am Freitag, das heißt, wenn das Video jetzt rauskommt, heute und mit dem Metallic Red Iron Man. Und hier erstmal vorweg die Drops, die wir jetzt sehen werden. Das sind im Prinzip einfach nur Collectibles, die wir schon in der App haben, tatsächlich aber einfach in Metallrot. Viele haben sich darüber schon beschwert und ich muss auch sagen, es ist auf jeden Fall fragwürdig so ein bisschen. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Das habe ich auf jeden Fall auch mal detailliert mit Chris besprochen im Livestream. Deswegen schaut auf jeden Fall sehr gerne vorbei, wenn euch das interessiert. Wir schauen uns jetzt mal den Drop hier, beziehungsweise die Drops an. Das Gesamte hier, wie gesagt, hier mit der Iron Man Pose, den haben wir im Prinzip als Gold Moment ja auch schon mit der Pose. Das Ganze wird eine Secret Rare sein und einen Listenpreis von 40 Dollar haben plus eine Edition Size von 555 Stück. Das Ganze wird hier mit der First Public mit 21 starten. Anschließend haben wir dann natürlich noch einen weiteren Job und zwar nämlich den Tor, auch als Secret Rare rot. Und dieser wird eine Edition Size nur von 444 Stück haben, auch Listenpreis von 40 Gems. Dieser wird dann am Samstag um 21 Uhr deutscher Zeit droppen. Auch hier First Public Mint, die 21. Kommen wir zum letzten Collectable und das wird Thanos sein. Thanos wird hier auch als Secret Rare droppen, 555 Editions, auch wieder hier mit einem Listenpreis von 40 Dollar und der First Public Mint 21. Und ja, jetzt haben sich natürlich viel auch dazu gefragt, was hat es dann mit diesem Kommentar hier von My Collectables auf sich. Wer My Collectables nicht kennt, My Collectables ist der Community Manager von Vivi und dementsprechend hatten wir auch seine Aussagen gewicht. Und er hat hier nämlich geschrieben, ob es nicht cool wäre, wenn sozusagen alle Marvel Reds ja im Prinzip etwas viel Größeres ergeben würden. Und da muss man natürlich sagen, das könnte natürlich ein Hint darauf sein, dass wenn man alle drei bzw. vier, also den Red Dog Org nämlich auch noch hat, der nämlich auch in dem Video erwähnt wurde, eventuell tatsächlich sogar was craften kann. Und das wäre natürlich extrem interessant. Das Ganze ist natürlich wieder Spekulation hier. Man muss auch ganz klar sagen, ich persönlich finde es jedenfalls schwierig. Es ist meine eigene Meinung, wenn man sowas als Community Manager preisgibt, wir haben es in Vergangenheit gesehen, dass sowas dann halt auch sehr gerne Flipper anzieht. Und meiner Meinung nach hätte das hier einfach auch Collecter belohnt, sollte hier was kommen, auch in die Richtung, was Craften angeht, Airdrop angeht, wenn man alle vier Roten hat. Oder auch mit diesem Kommentar belohnt man dann einfach viele Flipper, die dann vielleicht darauf gambeln und den Preis halt in die Höhe treiben für die Leute, die es halt wirklich haben wollen. Finde ich ein bisschen schade. Dennoch wissen wir natürlich auch nicht 100% ob hier was kommen würde und ob das nicht vielleicht einfach nur ein Scherz war. Wir wissen es an dieser Stelle nicht. Wir werden es sehen. Ich werde euch auf jeden Fall darüber informieren, sobald es dazu News geben sollte. Und ich würde sagen, wir springen auf jeden Fall nochmal zu dem Comic zurück, das wir heute gesehen haben, um euch nochmal ganz kurz hier da entgehend zu updaten. Ich habe das nämlich leider nicht geschafft, gestern noch ein Video vom Livestream rauszubringen. Deswegen hier nochmal der heutige Job, der X-Faktor Hashtag 6 aus 1986. Das Gesamte ist heute, beziehungsweise gestern, wenn das Video rauskommt, am Donnerstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit gedroppt. Das Gesamte natürlich wie immer hier mit fünf Covern. Das Gesamte natürlich auch mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Account. Mir persönlich gefällt hier die Ultra-Account ziemlich gut, muss ich sagen. Wir haben ja ansonsten einen Listenpreis von 10 Dollar gehabt, eine Edition-Size von 5000 Stück. Und wir hatten hier die First Appearance of Kalypso enthalten. Und ich würde sagen, wir schauen uns dahingehend natürlich auch nochmal ganz wichtig hier die Go-Collect-Daten an. Und da muss man halt auch ganz, ganz klar sagen, hier sieht man sehr schnell. Und deswegen habe ich das auch jetzt nicht ins Video mit reingenommen, beziehungsweise war mir nicht super wichtig, da ein Video zu machen. Wir haben hier bei einer 9.8 1252 Grades und gerade mal auch einen Preis hier von 375 Dollar. Man sieht, es ist auf jeden Fall ein ziemlich beliebtes Comic, da wir hier 1252 Grades haben und 955 Sales. Das zeigt auf jeden Fall eine große Nachfrage hier bei diesem Comic, was generell auf jeden Fall erstmal nicht schlecht ist, aber der Preis ist halt einfach nicht gerade hoch. Soweit läuft anscheinend Omitoo NFT und das bestätige auch der Wifi-Meister insgesamt. Sind es wohl so 200 bis 300 Leute, die momentan in der Beta sind von Omitoo NFT und es scheint auch bisher wirklich ziemlich gut zu laufen. Es gibt wohl anscheinend keine Bugs oder keine Fehler, die bisher aufgetreten sind und das ist meiner Meinung nach ein wirklich sehr gutes Zeichen. Und dementsprechend kann man glaube ich auch damit rechnen, dass wir bei Ende des Jahres auf jeden Fall alle Omitoo NFT nutzen können. Und natürlich mit dem Kryptowullrun ist das natürlich in Kombi nochmal super, super wichtig, das jetzt hier auch auf den Weg zu bringen, dass hier auch gegebenenfalls Kryptokapital, beziehungsweise Gewinn aus dem Kryptomarkt auch in die Wifi-App fließen kann. Ich bin sehr gespannt, das auch selbst zu testen. Ich denke mal, ich bin in der nächsten Beta-Testrunde mit dabei und werde euch dann natürlich auch ganz exklusiv darüber berichten, wie eigentlich das wirklich ist. Und insgesamt muss man tatsächlich auch sagen, geht jetzt offiziell tatsächlich auch das Burnen des Circulation Supplies los. Für die Leute, die es nämlich nicht wissen, beim Prozess, wenn man ein Collectible kauft, muss man ja fies bezahlen und da wird ein gewisser Prozentsatz tatsächlich dann auch geburn von den Omis, beziehungsweise über Wege dann halt in eine Burn-Wallet verschoben. Und das ist auch extrem, extrem positiv, denn damit wird der Token tatsächlich auch das erste Mal richtig deflationär und langfristig wird das auf jeden Fall einen großen Impact haben, wenn die Funktion komplett ausgerollt ist und diese Funktion auch von mehreren tausenden Usern dann langfristig genutzt wird. Das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende an dieser Stelle und bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao!